Hallihallo und willkommen zur heutigen Folge Animal Crossing New Horizons, meine Lieben. Ja, gestern ist ja nicht so viel passiert. Wir haben uns ein bisschen um unser Museum gekümmert. Heute habe ich tatsächlich vor, hier ist ganz viel gewachsen durch den Regen gestern, ne, heute habe ich tatsächlich vor, ein bisschen mit euch, gegebenenfalls am Museum weiterzuarbeiten, aber auch den Geburtstag-Stream vorzubereiten, den kommenden, also für mich kommenden Samstag, für euch den letzten Samstag. Das heißt, ja, da kann nichts verraten werden, wenn diese Folge rauskommt, weil es ja schon vorbei ist. Ja, das habe ich eigentlich heute vor. Bei den Bewohnern habe ich mit allen schon geredet, aber, oh, 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 fällt mir jetzt gerade auf, ähm, heute morgen habe ich das alles schon erledigt, hier mit Bewohnern reden und so weiter und so fort, aber ich habe auch heute morgen nach dem Rübenpreis geguckt. Das heißt, jetzt muss ich mal noch schnell nach dem Rübenpreis schauen, heute Nachmittag, weil der ändert sich ja immer um 12 Uhr. Daher, wir wollen ja alle zu einem guten Preis verkaufen. Ach, Mareile. Ach ja. Wie sieht der Rübenpreis aus, Freunde? Äh. Das ist kein guter Preis, Freunde, der Sonne. Ich meine, haben wir die Rüben für, 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 äh, 100, 105 Sternis, glaube ich, waren es gekauft. Also, das war ein bisschen Wucherpreis hier bei Jorna heute. Äh, gestern. Gestern. Entschuldigung, Leute. Ähm, ja. Wundert euch nicht, dass ihr gerade nichts, äh, dass ich gerade nichts rücke, weil ich, äh, gebe den Preis direkt mal in der Animal Crossing New Horizons Guide App ein. Und, ja. Den Link dazu findet ihr in der Infobox, die ist echt praktisch. Sage ich eigentlich in jeder Aufnahme, also. Tut mir voll leid, wenn es euch schon zum Hals raushängt. Aber man hat ja immer mal wieder auch neue Zuschauer, die das noch nicht wissen. Und, ähm, die sind für solche Tipps, äh, durchaus dankbar. Gegebenenfalls. Äh, deswegen. Animal Crossing New Horizons Guide App. Eine richtig geniale App, um sein Kram zu katalogisieren und auch die Rübenpreise im Blick zu behalten. Ähm, ja. Das ist sehr praktisch. Dann schauen wir jetzt mal, wer vielleicht gerade am Basteln ist. Hallo. Wer ist zu Hause und am Basteln, Freunde der Sonne? Bertha ist zu Hause. Mal gucken, ob sie auch am Basteln ist. Wir hätten ja gerne noch eine Anleitung, so. Möglicherweise. Bertha hat nichts mitbekommen. Oh, Mann. Ab heute sind ja auch die, äh, Mario Items bei Nook Shopping zu ergattern. Ähm, beziehungsweise für euch schon seit einer Woche. Das heißt, ihr habt auch schon Erfahrungen mitgemacht mit den Sachen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ähm, wie euch die Mario Items so gefallen und ob ihr die benutzt und für was ihr sie benutzt. Würde mich wirklich mal interessieren, weil ich bin mir da noch unschlüssig. Ähm, ob ich mir, also ich werde mir die auf jeden Fall zum Katalogisieren holen. Aber werde sie wahrscheinlich nicht hinstellen, weil so hübsch finde ich die jetzt nicht. Also, was heißt hübsch? Die sehen schon cool aus, aber sie passen einfach nicht in mein Inselkonzept. Deswegen werde ich die wohl eher nicht nutzen. Eventuell die Röhre, wenn ich eine coole Idee habe, wie ich die, wie ich die verbauen kann, dass die auch schön sich eingliedert in das Inseldesign. Aber ansonsten eher nicht so. Naher, schreibt gerne in die Kommentare und tauscht euch da mit uns aus. Das wäre voll cool. Und apropos Austauschen, ähm, Akai und ich haben ja auch einen Discord-Server zusammen. Das heißt, ähm, kommt da gerne vorbei. Da können wir uns nämlich auch über solche Sachen austauschen. Das wäre richtig, richtig nice. Äh, Link findet ihr in der Infobox. Und, äh, Wolli, wir haben leider diese, diese Anleitung schon. Das ist voll sad, aber, was willst du machen? Die bekommt dann morgen alle der liebe AKI. Beziehungsweise, was heißt morgen, eher übermorgen dann. Äh, weil, für euch ist es schon eine Woche her. Aber, ähm, von der Aufnahme aus gesehen, hat der gute AKI, äh, morgen Geburtstag. Haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, glaube ich, in den Aufnahmen. Aber ja, morgen ist es endlich soweit. Da bekommt er endlich seinen Nintendo Switch und, äh, Animal Crossing. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt weiß er davon noch nichts. Das heißt, ähm, ja, und dadurch, dass ich praktischerweise eine Woche im Voraus aufnehme, äh, wird er davon auch nichts erfahren, bis es soweit ist dann. Von daher, ähm, ja, kann ich da ganz ruhigen Gewissens drüber reden. Weil diese Aufnahme hier auch definitiv nicht, äh, hochgeladen wird. Bevor, ähm, er seine Überraschung dann hatte. Von daher, alles entspannt. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob ihr es, ob ihr es, ob ihr es schon wisst. Wenn ihr vielleicht selbst YouTube macht, dann wisst ihr es. Wenn nicht, dann eher nicht. Man kann auf YouTube, ähm, quasi sowas wie Mods einstellen für den Kanal. Und da haben AKI und ich uns gegenseitig, äh, eingestellt, quasi. Und, äh, als Mods kann man auch die hochgeladenen, bereits hochgeladenen und geplanten Videos, ähm, sich schon angucken, obwohl sie noch nicht öffentlich sind. Deswegen muss man da, je nachdem, was man erwähnt in dem jeweiligen Video, teilweise ein bisschen aufpassen, falls es irgendwie sich um eine Überraschung für den jeweils anderen handelt, dass, ähm, man dann nicht die Überraschung verdirbt, indem man das Video einfach zu früh hochlädt. Und, ähm, ja, falls der, weil derjenige, sie kann sich das Video jederzeit angucken. Und das wäre dann eher ungünstig. Deswegen. Aber, ja, das Video wird definitiv nicht vor morgen hochkommen. Daher ist, was das angeht, alles soweit ganz entspannt. Und, ähm, ich kann hier ruhigen Gewissens drüber reden, weil der Zucht, das Thema wird durch sein, bis, bis, äh, das Video online kommt. Deswegen. Alles entspannt. Aber ich, ich bin schon voll gespannt. Er ist, er ist schon mega aufgeregt, ähm, morgen und hofft, und hofft, dass die Switch rechtzeitig ankommt. Weil ich, äh, bisher ihn in dem Glauben gelassen habe, ich habe, dass ich sie bestellt habe. Aber, ähm, sie bisher noch nicht angekommen ist. Und, äh, mal gucken, ob sie rechtzeitig ankommt. Ja. Das heißt, äh, er weiß noch von nichts. Er weiß noch nicht, ob sie rechtzeitig kommt oder nicht. Da werde ich ihn dann morgen mit überraschen. Äh, genau genommen war die Switch tatsächlich schon am Mittwoch da. Das war ganz lustig. Ich habe sie letzten Montag bestellt, ähm, bei Media Markt. Kleine Schleichwerbung hier am Rande. Ähm, ich habe sie bei Media Markt bestellt und habe da auch gleich das Spiel mitbestellt, weil ich sie da für, ähm, einen der besten Preise und so bekommen habe. Ähm, und auch die, die ihr wollte mit den grauen Joy-Kons. Äh, und, äh, ja, die habe ich am letzten Montag bestellt. Und mittwochs war sie schon da tatsächlich. Das ist, ähm, ja, ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ja. Von daher, heute wird dann noch, ähm, werden noch die Geschenke eingepackt. Muss ich noch machen, dann gleich nach der Aufnahme. Ebenso, wie ich noch kurz, äh, Eier kaufen gehen muss, äh, weil ich ihm noch einen Kuchen backen, einen kleinen, beziehungsweise, was heißt ein Kuchen backen? Ich werde, ähm, mich in die Küche stellen und eine Backmischung Brownies backen. Von, äh, von Dr. Oetker. Nochmal eine kleine Schleichwerbung. Die sind nämlich richtig, richtig geil. Und die bringe ich ihm dann morgen auch mit. Und dann bin ich mal auf sein, sein Gesicht gespannt, äh, wenn er auspackt und so. Ich, ich habe schon, ähm, beschlossen, er hat zwar, es ist zwar jetzt auch ausgemacht, dass ich eventuell auch früher kommen kann. So, zah, so, Pucki wollte eigentlich nicht mit dir reden. Naja. Äh, es ist so ausgemacht, dass ich auch früher vorbeikommen könnte. Aber, ja, das war sowieso mein Plan, ihn da so ein bisschen zu überraschen, dass ich schon zu ihm fahre, wenn er noch nicht zu Hause ist. Um dann so ein bisschen vorzubereiten, kleiner Geschenktisch sozusagen, den Kuchen aufstellen und alles, um ihn da so ein bisschen zu überraschen dann. Daher bin ich mal ganz gespannt, wie das, wie das wird. Ähm, ja. Und ich werde ihm auch, äh, meine Capture-Card mitbringen. Was redest du denn da, Puck? Ähm, ja, ich werde ihm auch meine Capture-Card mitbringen. Und, äh, wir haben vor, tendenziell dann, ähm, direkt den Anfang aufzunehmen. Sein, sein Anfang auf der Insel. Und, ja, das wird dann noch ganz, ganz spaßig morgen, denke ich. Und, äh, ja, morgen soll tatsächlich dann auch, ich habe gestern Abend bzw. heute Nacht, dass sie, äh, dass, dass sie auf der, ähm, März-Abrechnung dann drauf ist, äh, die Anfang April fällig wird. Meine neue Capture-Card bestellt, äh, die Elgato, äh, HD60S Plus. Und, ja, da bin ich schon echt gespannt drauf mittlerweile. Sie soll morgen ankommen. Das heißt, ich kann ruhigen Gewissens meine, äh, bisherige genutzte Capture-Card dann beim guten AKI lassen, dass er schön Animal Crossing aufnehmen kann. Äh, und, ähm, ja, hab dann hoffentlich, ähm, morgen rechtzeitig meine neue, äh, äh, Capture-Card. Bin da schon, schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Weil, ja, ich brauche halt meine Capture-Card auch, äh, bei mir zu Hause, weil ich ja täglich aufnehme. Und, ja, ja, dann, dann brauche ich die ja, sonst, äh, jetzt ist alles ein bisschen schwierig mit dem täglichen Aufnehmen. Joa. Irgendwie voll sind eigentlich meine Taschen mittlerweile. Hm, da geht noch was. Da geht noch was hier. Hm, jetzt sind wir voll und wieder zu Schlepp und Nepp den Krams verkaufen. Ach, ja. Also, falls ihr euch... Natalia, was willst du? Nein, 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 Natalia, bitte, tut mir leid, aber du musst jetzt ohne unsere Hilfe auskommen. Wir haben zu tun. Und wir haben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hier jetzt. Und daher, ähm, düsen wir jetzt zu Schlepp und Nepp verkaufen die Blümchen, die wir hier wieder ausgraben. Weil wir massig davon haben. Und ich habe jetzt auch angefangen, ähm, mir die Standardfarben jeweils als Blumensamen einfach zu kaufen, um einfach ein bisschen mehr Platz zu bekommen auf der Insel und ein bisschen mehr das Chaos zu beseitigen mit den Blumen. Weil, äh, anders wird man da definitiv nicht mehr her drüber. Dann, weil so kann ich wirklich die Standardfarben dann einfach verkaufen bei Schlepp und Nepp, bis auf ein paar vielleicht. Und, ähm, wenn ich die dann pflanzen will für irgendwas, ähm, nehme ich einfach die Samen, die ich mir einlagere. Weil da ist halt das Praktische wirklich, die nehmen keinen Platz weg, außer im Lager. Ähm, und ja, da kann ich sie wenigstens sinnvoll aufbewahren. Die andere, die muss ich halt irgendwo hinpflanzen. Und das ist ein bisschen ungünstig, wenn du ständig irgendwelche Blümchen im Weg hast, hier. Deswegen, jetzt ist alles nicht so praktisch. Ah, Mann. So. Ich guck mal, ich muss hier noch was... Ups, ah. So. Und ja. Was wir eigentlich machen wollen, wofür ich diese ganzen Blumen verkaufe und, äh, Platz schaffe und so, beziehungsweise Platz schaffen muss, ist, äh, wir bereiten jetzt ein bisschen den Geburtstag-Stream vor. Der, ähm, wie gesagt, vorgestern für euch schon war. Für, für den guten Akai und ich. Mich steht der am Samstag erst noch an. Und, äh, da haben wir ein bisschen, ein paar lustige Spielchen geplant mit, äh, ein paar Leuten aus der Community, ein paar, äh, Freunde mittlerweile, würde ich es schon fast nennen, ähm, die auch, äh, mit bei uns auf dem Discord-Server sind. Und, äh, weiß ich gerade, macht das überhaupt Sinn, was ich hier vorhabe? Nein, macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, ja, und da haben wir uns ein paar Spiele überlegt für den Geburtstag. Das heißt, wir werden dann die Leute einladen auf unserer Insel im Stream. Beziehungsweise, wir haben es vorher schon abgesprochen. Ne, also, es ist jetzt nicht so, dass wir die Leute spontan einladen, sondern wir haben das abgesprochen und haben ein paar Spiele vorbereitet, beziehungsweise bereiten ein paar Spiele vor. Und zwar einmal, ähm, haben wir, sind wir in den Vorbereitungen, weil wir da noch ein paar Sachen kaufen müssen für. Jetzt, jetzt verhasst mich, ich bin hier gerade und wirf einiges durcheinander. Wir haben vorbereitet. Und ich muss das nur noch ein bisschen besser hinstellen. Ich hab das schon provisorisch aufgebaut. Ähm, einmal Reise nach Jerusalem. So, weil es, ähm, finde ich ganz witzig. Da stellst du einfach so ein paar, äh, Sitzgelegenheiten auf und machst da entweder Selbstmusik oder machst da eine Anlage an und aus. Äh, ja. Das haben wir vorzumachen. Ist auch schon, äh, fest, äh, quasi, hab ich schon hingestellt ein paar Sachen. Die Anlage und die Sitzgelegenheiten, das muss alles nur noch dann ordentlich angeordnet werden. Ähm, dann haben wir vor, so ein kleines, ähm, eine kleine Kleidersuche, Schrägstrich Modenschau zu veranstalten. Also, wir haben uns, ähm, aus den Klamotten, die ich habe, die man katalogisieren kann, ähm, haben wir uns ein paar lustige Outfits ausgedacht, ähm, ausgesucht. Die dann, äh, bestehend aus jeweils einer Kopfbedeckung, einer, äh, Kopfbedeckung, ja doch, ich glaube schon eine Kopfbedeckung, eine Brille, ein, ähm, Kleidungsset und, äh, Schuhen. Und, äh, wir haben da wirklich eine lustige, bunte Gemischung gemacht. Entschuldige diesen kurzen, äh, äh, dieses kurze Stocken hier. Da haben gerade die Nachbarn seltsame Geräusche gemacht. Ich habe mich etwas, etwas erschrocken gerade so, äh, was war das gerade? Aber gut, es war wohl nur ein, äh, ein Rollladen. Oh Mann, hey. Ja, nee, also wir haben uns da ein paar lustige Sachen ausgesucht, äh, die wir teilweise jetzt noch, ähm, die Tage bestellen. Bei, äh, im Katalog. Äh, Sachen, die ich halt, äh, nicht vorrätig habe oder... Oder, die mir selbst gut gefallen, die ich jetzt ungern, ähm, rausgeben will, weil wir haben auch, ähm, die Leute, die mitmachen, die werden diese Outfits dann auch behalten dürfen. Die Sachen, die, äh, dürfen sie quasi mitnehmen. Und, äh, ja, diese Sachen, die Kleidungsstücke, die werden, ähm, in dem gewissen Bereich versteckt. Also, was heißt versteckt? Die werden so ein bisschen verteilt. Und dann haben alle eine gewisse Zeit, äh, da muss man sich noch genau so Gedanken drüber machen, wie man das genau macht. Ähm, aber es haben dann alle eine gewisse Zeit, Zeit, sich da quasi ein Outfit zusammenzusuchen. Und, äh, dieses Outfit muss dann auf dem Laufsteg, den ich, äh, hier jetzt gleich aufbauen werde, präsentiert werden. Und, äh, das ist tendenziell ein echt witziges Spielchen. Und, ja, da bin ich natürlich schon mal gespannt. Da haben der AK und ich uns halt wirklich ein paar lustige Outfits ausgesucht. Das heißt, äh, im Prinzip was wirklich cooles oder so, äh, oder was schickes, wird man da gar nicht zusammenfinden können. Aber, ja, ich glaube, das wird echt spaßig dann werden. Und, äh, was wir ebenfalls noch gemacht haben, äh, kann ich ja jetzt verraten, weil... Ist ja alles, ähm, schon vorbei, wenn ihr das Video, wenn man das, wenn das Video online kommt. Ähm, wir haben uns für jeden unserer Gäste ein, ähm, kleines Outfit, also ein Kleidungsstück, äh, unter der Kategorie Kleider. Und, ähm, ein passendes Paar Schuhe ausgesucht. Und, äh, die bekommt dann jeder als, äh, Gastgeschenk sozusagen, ähm, wenn die Leute ankommen zum Feiern. Und, äh, ich bin auch schon fleißig dabei, Luftballons zu kaufen und Geburts- und, äh, Partyknaller und so ein Spaß. Ähm, und, äh, das verteile ich dann fleißig an meine Gäste, beziehungsweise an unsere Gäste. Wir feiern ja auch AK ist Geburtstag danach. Und, ähm, das wird ganz spaßig werden, denke ich mal. Deswegen haben wir uns, äh, ja, ein paar Sachen ausgedacht. Nur, ähm, ja, wir wollen dann gegebenenfalls auch noch ein drittes Spiel machen. Da müssen wir dann erstmal schauen, ähm, muss ich nochmal ein bisschen recherchieren, was es noch so an Spielmöglichkeiten gibt. Weil es gibt schon einiges, was man machen kann. Und, äh, ja. Weil ich habe da tatsächlich vor, dann gegebenenfalls, äh... Ja, komm, mach die Schaufel kaputt. Mensch. Äh, nee, ich hab da wirklich vor, noch ein paar mehr Spielchen anzubieten. Beziehungsweise, also mindestens noch ein drittes Spiel. Einfach weil, ähm... Ja, zwei ist ein bisschen wenig und die sind ja auch... Relativ schnell dürften die abgefrühstückt sein. Ich meine, gut, man wird, denke ich mal, auf jeden Fall mit den beiden Spielen mal locker eine Stunde füllen können. Aber, ja, wir wollen ja ein bisschen länger streamen als nur eine Stunde und ein bisschen länger feiern. Deswegen, ähm... Werden wir da... Äh... Hier, ich bin gerade ganz auf dem Konzept. Äh, werden wir uns da mal gucken, noch was ausdenken. Ein paar Teufel, ich meine, gut, bis die Leute dann alle da sind, ähm, wird's auch einen Moment dauern. Die müssen ja dann erst alle ankommen und dann werden, kriegen sie erst mal ihre Gastgeschenke. Und, ähm, dann dürfen alle, wenn sie Bock haben, hier habe ich ja ganz viel Krams noch rumfliegen an Anleitungen und Items und hast du nicht gesehen. Ähm, da dürfen alle Gäste dann erst mal durchgucken, äh, wenn sie möchten, ähm, was sie gebrauchen können. Und das dürfen sie sich gerne einstecken, ähm, erst mal, wie gesagt, also erst mal kommt, äh, den ganzen Kram, den ich hier habe, ähm, was nicht doppelt ist, äh, bekommt erst mal der gute AKI, dass er sich da schon mal, äh, das Zeug, äh, Anleitungen lernen kann und, ähm, in die Tasche packen kann, äh, für den Katalog. Ähm, aber ja, was davon dann noch übrig bleibt, ich hab da nämlich ein paar Sachen auch doppelt, ähm, das heißt, die bringen AKI auch nichts, äh, die dann doppelt zu haben. Aber, ähm, ja, was davon übrig bleibt, äh, da dürfen dann meine Gäste drüber schauen, äh, unsere Gäste dürfen dann drüber schauen und sich was von aussuchen, beziehungsweise die dürfen sich einfach, äh, nehmen, was sie gebrauchen können, damit das Zeug einfach weg ist, ähm, und ja, wenn das alles erledigt ist, dann fangen wir mit den Feierlichkeiten an, sozusagen, mit den Spielen. Und, äh, ja, ich bin schon echt gespannt. Ich glaub, das, das wird ganz witzig. Äh, ja, am Anfang des Streams, bevor wir überhaupt loslegen, ähm, werden AKI und ich ja noch, wie wir gestern auch schon erwähnt haben, ähm, erst mal ein kleines Unboxing, sozusagen machen, ähm, Geschenke auspacken, trifft es eher, weil, ähm, er hat mir schon gesagt, er hat, äh, für mich noch ein Geschenk, äh, bestellt, äh, bei Amazon, was an mich geliefert wird, jetzt die Tage irgendwann, ähm, das darf ich erst im Stream aufmachen und er hat Informationen von unserer Community, dass, äh, da wohl auch so, ähm, das ein oder andere Geschenk von unserer Wunschliste ankommen wird noch. Eins ist schon da, das kam am Samstag und, ähm, ja, da haben wir uns überlegt, dass wir die einfach zulassen bis, bis, ähm, kommenden Samstag, dann halt, ähm, jetzt den vergangenen Samstag und, ähm, wie, die packen wir, die Geschenke von der Community quasi zum Geburtstag, die packen wir im Geburtstagstream dann live aus, damit, äh, auch die, äh, Gönner, die freundlichen Gönner unsere Reaktionen direkt live sehen können. Und, äh, ja, wenn das alles erledigt ist, mit, äh, Geschenke auspacken und, äh, Leute auf die Insel holen und, äh, denen ihre Gastgeschenke geben und, äh, Anleitungen und Krams durchgucken, ob die irgendwas brauchen, dann, äh, legen wir los. Und, äh, ich denke, damit sind wir, könnte gut sein, dass wir da vielleicht so, uff, äh, fragt mich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir damit locker so ein bis zwei Stunden erstmal beschäftigt sind, bis das alles durch ist. Und, äh, dann schauen wir weiter. Jetzt fällt uns bestimmt noch einiges anderes Witziges ein. Ich meine, was wir auch, äh, also, was ich vorhabe, ist unsere Besucher dann, ähm, auch mal bei Stepp und Nepp und in der Schneiderei gucken zu lassen, ob die da irgendwas gebrauchen können, ähm, ganz klar. Und, äh, gut, wenn wir dann, wenn wir streamen, da vergibt KK noch keine Sachen. Wir fangen ja um 16 Uhr an. Ähm, ähm, ja, aber da die Läden dann noch offen haben, können die Leute dann schön noch shoppen gehen, gerne eine Runde. Und, ja, ich denke, da, da finden wir einiges zum Zeitvertreib. Ja, das wird ganz witzig. Ja, und falls ihr da vielleicht dann, wenn wir solche Späße mal wieder machen, gegebenenfalls auch, äh, dabei sein wollt, wenn ihr da Teil der Community werden möchtet, dann kommt wirklich gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Ich hab ja schon gesagt, den Link findet ihr in der Infobox. Und, ja, da tauschen wir uns über alles Mögliche aus, äh, betreiben zusammen Rübenhandel. Und, äh, ja, wenn wir irgendwelche Aktionen starten im Livestream und so weiter, dann erfahrt ihr da auch, ähm, rechtzeitig davon, sodass ihr daran teilnehmen könnt auch. Und, ähm, ja, wird uns echt Bock machen, wenn ihr da vorbeikommt. Und euch, äh, mit, äh, hallo, mit einbringt, quasi. Ja. Achso, äh, was mir jetzt gerade einfällt, ich hab euch ja noch gar nicht, ähm, wir streamen ja auch, äh, das ist mit dem Stream, wir streamen auf Twitch. Und, äh, da findet ihr zu meinem Kanal den Link in der Infobox. Und auf meinem Twitch-Kanal findet ihr auch, ähm, den Link zu AKI's Kanal, äh, findet ihr auf meinem Twitch-Kanal verlinkt. Weil der ist mittlerweile auch unter die Livestreamer gegangen. Wir haben ja quasi mit meinem Kanal angefangen. Und, äh, mittlerweile streamt er auch selbst. Und hat da, äh, äh, einen Haufen Spaß dabei. Von daher guckt er auch gerne vorbei und unterstützt ihn. Und sagt gerne, dass ich euch hingeschickt habe. Äh, ähm, ja. Wenn ihr das Video hier seht, äh, wird's leider schon zu spät sein. Aber, ähm, AKI hat auch vor, am Donnerstagabend wieder einen Livestream zu machen. Und zwar auch einen Geburtstag-Stream, äh, von seiner Seite aus nochmal. Also so ein kleiner, eigener Geburtstag-Stream sozusagen. Äh, weil, wie gesagt, er hat, äh, morgen Geburtstag. Beziehungsweise für euch, er hatte morgen vor einer Woche. Und, ähm, ja, da macht er dann einen eigenen kleinen Geburtstag-Stream. Bin ich mal gespannt, was er da dann streamt. Vielleicht, äh, vielleicht streamt er ja Animal Crossing. Mal gucken. Vielleicht mal gucken, wie wir, äh, wie wir uns da, ähm, absprechend feiern, wie gesagt, morgen hin zu ihm. Und, äh, dann wird er auch erfahren, dass er seine Switch bekommt. Schon rechtzeitig. Rechzeitig pünktlich zum Geburtstag. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dann vielleicht auch ein bisschen Animal Crossing streamt. Also, keine Ahnung. Aber in jedem Fall, wenn er Animal Crossing streamt, ähm, das wird ja dann... Man kann ja erst ab Tag 2, glaube ich, verreisen. Das müsste dann halt... Das ist dann der Donnerstag eigentlich. Das heißt, äh, ab Donnerstag kann er dann voraussichtlich Besuch empfangen und auch selbst verreisen. Da, pflanzt es wieder ein, bitte. Und, äh, dementsprechend mal gucken, wenn er da... Wenn er da wirklich vorhat, Animal Crossing zu streamen, zum Geburtstag-Stream so ein bisschen, dann, äh, ja, vielleicht streamen wir dann sozusagen zusammen ein bisschen. Also, ich werde da nicht streamen. Aber, ähm, ich werde vielleicht mitspielen. Indem ich bei ihm auf die Insel komme oder er dann zu mir auf die Insel kommt. Und, äh, ja, mal schauen. Das werden wir dann vielleicht live machen. Was wir dann quasi zusammen live streamen, sozusagen, ein bisschen. Mal gucken. Mal schauen, wenn es soweit ist. Und noch eine Ankündigung, in Anführungszeichen, weil es ja schon ebenfalls vorbei sein wird, wenn ihr das Video seht. Und zwar, am Sonntag haben wir vor, wenn alles klappt, ähm, eine Runde Among Us zu spielen und auch zu streamen. Da haben wir uns schon mit, äh, auch Leuten von der Community verabredet. Und, ja, mal gucken, wie das klappt. Das, ähm, haben wir am kommenden Sonntag vor. Für euch dann gestern. Leider. Aber wenn das alles klappt und so, dann machen wir das gegebenenfalls auch wirklich öfter. Und, äh, streamen dann das auch. Daher, äh, mal schauen. Beziehungsweise, wir machen das öfter und streamen dann manche Among Us Sessions dann vielleicht auch. Äh, wir werden nicht alle streamen, ähm, tendenziell. Weil, ähm, ja, ist manchmal auch ganz angenehm, wenn man einfach so gemütlich von zu Hause spielen kann und so. Auch ohne streamen, sich einfach ein bisschen gemütlich ins Bett legen kann oder auf die Couch und dann halt ein bisschen mitzocken kann. Ähm, ja, da müssen AKI und ich auch noch gucken, wie wir das machen. Das heißt, also, wenn wir streamen, dann wird definitiv immer nur jeweils einer von uns beiden mitspielen. Äh, weil, ja, ist ja alles sonst witzlos ein bisschen, weil man muss ja, äh, aufpassen, wenn einer von uns beiden dann der im Poster ist, äh, dann ist das ein bisschen unpraktisch, ne, wenn wir dann beide dann mitspielen. Deswegen werden wir uns beim Stream dann halt wirklich, ähm, so aufteilen, dass einer spielt und der andere kümmert sich so ein bisschen um den Chat und auch um die Leute im Chat. Ähm, redet mit denen, weil man sich ja teilweise auch ein bisschen konzentrieren muss da beim Spielen. Und, ähm, ja, wir werden uns da auch abwechselnd dann mit dem Spielen. Also, wir spielen zum Beispiel, wenn wir hier streamen auf meinem Account und, äh, da zusammen streamen, dann spielen wir über meine Switch auf meinem Spiel, äh, in meinem Spielstand quasi und, ähm, wechseln uns da dann aber ab. Also, eine Runde werde ich dann spielen und dann wird die nächste Runde dann AKI spielen und so und, ja. So, werden wir uns da dann abwechselnd im Stream. Aber, äh, wenn wir nicht streamen, haben wir uns schon überlegt, äh, da kann man ja dann auch zu zweit mitmachen. Da setzt man sich dann einfach in verschiedene Ecken und hält halt die Klappe, wenn, wenn es dann soweit ist, äh. Beziehungsweise, ja, doch, hält dann halt schön die Klappe, weil sonst, man darf sie halt nicht verraten, da muss man dann ein bisschen Disziplin haben. Äh, aber ja, das wird noch ganz interessant, nehme ich mal an. Und ich sehe gerade beim Blick auf die Uhr, dass wir schon voll über der, also, das heißt voll über der Zeit, aber wir haben eigentlich unser, äh, Zeitlimit erreicht für diese Folge. Ziemlich schlimm hier, ne? Äh, also, wir haben fast nichts gemacht. Ich habe euch die Ohren abgekaut. Fragt mich nicht, was für Themen. Ich habe das jetzt schon beim Reden wieder teilweise vergessen. Also, voll schlimm, ne? Ähm, aber ja. Es ist halt einfach irgendwie, so, nicht wirklich was passiert heute. Aber naja, der Geburtstag-Stream muss vorbereitet werden, Leute. Das ist, äh, tut mir voll sorry, aber, äh, ja, kommen wir halt nicht drum rum, ne? Von daher hoffe ich, dass euch diese Folge trotzdem gefallen hat und, ähm, ein bisschen Spaß gemacht hat. Auch wenn ich, wenn es eigentlich nur eine Laber-Folge jetzt war heute. Ähm, aber ja, wenn, wenn dem so ist, dann, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich super mega freuen. Da, pflanzt wieder einen, bitte. Ja, würde mich mega freuen, wenn ihr mir da einen Daumen nach oben da lasst. Und, äh, ja, wenn ihr keine Folge demnächst mehr verpassen möchtet, auch wenn, wenn dann mal wieder mehr passiert. So, theoretisch. Dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Animal Crossing, äh, für die, die es noch nicht wissen, die vielleicht neu dazugekommen sind mit diesem Video, wird es, äh, gibt es aktuell jeden Tag eine neue Folge. Ähm, immer um, ähm, lasst mich lügen, 15, oder, Moment, lasst mich nachdenken. Ja, am Wochenende um 16 Uhr. Ähm, montags und freitags um 17 Uhr. Und dienstags, mittwochs und donnerstags um 15 Uhr. Ja, so, um den Dreh rum. Ich glaube, ich muss wirklich mal langsam einen Uploadplan posten. Oh, ja. Ja, auf jeden Fall, täglich gibt es Animal Crossing, deswegen, äh, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann, äh, was bleibt, ne, gibt es noch zu sagen? Klar, Social Media, wie immer, ähm, Links findet ihr alle in der Infobox. Äh, da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, was gerade ansteht, auch wenn vielleicht mal eine Folge ausfällt oder so. Äh, wird alles brav auf Social Media gepostet. Deswegen, äh, guckt da auch gerne vorbei und, äh, lasst ein Follow da, damit ihr nichts verpasst. Und, ja, ich glaube, das war's dann, würde ich sagen. Wünsche ich euch auch einen wunderschönen Restmontag. Äh, hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und, äh, macht die Woche genauso toll weiter. Und wenn ihr nicht so gut gestartet habt, hoffe ich, die Woche wird definitiv besser für euch. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, und, ja, dann bis morgen. Ähm, und, ja, dann bis morgen.